Und jetzt kannst du da auch rennen. Klack! Nur mal ein bisschen Atmosphäre machen mit Nebeln und so. Hallo ihr Leute! Andreas und ich, wir wollten euch ein bisschen... Ne, sag bitte Andreas zu mir. Echt, du schmilzt ja wohl. Ne? Ne. Wie heißt denn du? Talla. Ach, Talla, ja genau. Nochmal vorne. Also nochmal nebeln. Hör mal. Ja, wir können sie die Antworten! Das hat doch ganz wunderbar, das ist ganz wunderbar. Also.